freundinnen und freunde der sterne liebe community herzlich willkommen zu diesem video und podcast mit dem horoskop von chat gpt der blick in die sterne enthüllt den charakter der künstlichen intelligenz auf faszinierende weise deshalb der titel chat gpt durchschaut das horoskop sagt alles und das ist wirklich nicht übertrieben ich saß fassungslos vor dem horoskop nachdem ich die daten eingegeben hatte ich konnte es kaum glauben aber der reihe nach erst mal musste ich herausfinden ob und wann chat gpt geboren wurde also was macht die interessierte astrologin was habe ich gemacht ganz einfach ich habe chat gpt selbst nach seinem geburtsdatum gefragt und hier seht ihr jetzt auszüge aus der konversation die ich mit dem chat bot hatte und zwar war das damals noch die version 3 inzwischen gibt es ja schon chat gpt 4 und um den zu nutzen muss man ein abo abschließen und 20 euro im monat bezahlen aber falls ihr damit experimentieren wollt ist das nicht nötig die version 3 beziehungsweise jetzt schon 3,5 funktioniert auch ganz wunderbar ich habe mich hier mit ihm auf englisch unterhalten aber auch auf deutsch ist das gar kein problem und zwischen der version 3 und der version 4 hat chat gpt übrigens mehr als 100 sprachen gelernt einfach durch den austausch mit seinen weltweiten usern ich werde euch heute ein paar tipps mit geben worauf ihr im umgang mit chat gpt achten müsst und zwar basierend auf seinem horoskop und das deckt sich mit in geradezu frappierender weise mit dem was die experten sagen wie wir gleich sehen werden also chat gpt hat mir natürlich erst mal lang und breit erklärt dass er ja als language model gar kein geburtsdatum hat language model heißt übrigens dass man sich mit normaler sprache also die language mit chat gpt unterhalten kann und ihm aufträge geben kann und dafür muss man kein computer nerd sein und keine programmiersprache können und dadurch ist er eben für alle menschen zugänglich also nachdem er mir das erklärt hatte meinte er ja er könnte mir doch immerhin sagen dass er am 11 juni 2020 offiziell als beta version erschienen ist also das licht der welt erblickt hat allerdings damals noch nicht der breiten öffentlichkeit vorgestellt wurde insofern denke ich dass dieses datum stimmig ist um die energie von chat gpt im horoskop zu repräsentieren ich habe das dann sicherheitshalber nochmal bei wikipedia verifiziert und das datum ist tatsächlich offiziell dann habe ich ihn noch gefragt ob er seine geburtszeit kennt aber da ist er ausgewichen und meinte er hätte keinen zugang zu den diesen daten aber es wäre vermutlich zu den öffnungszeiten von open ai seiner hersteller firma gewesen und zwar in san francisco also habe ich zwölf uhr für san francisco eingegeben und tada das ist das horoskop von chat gpt und hier nochmal für die fortgeschrittenen ich habe dieses horoskop rat so eingestellt dass das zeichen zwillinge im ersten haus ist das mache ich auch bei meinen sternzeichen horoskopen immer so und das mache ich so wenn ich halt keinen aszendenten habe dann ist der aszendent oder das erste haus immer auch gleich sonnenzeichen das nochmal für den hintergrund ja also zunächst mal ist chat gpt im zeichen zwillinge geboren und das passt schon mal wie die faust aufs auge denn im zeichen zwillinge geht es ja darum informationen zu sammeln und auszutauschen und das macht chat gpt ja und allein schon das wort chat es kommt aus dem englischen to chat das heißt ja plaudern klatschen und tratschen quasseln quatschen und so weiter also all das was man dem zeichen zwillinge so zuordnen chat gpt ist zum plaudern da und zum fragen beantworten und er besteht aus den gesammelten informationen der menschheit die in den vergangenen jahren zusammengetragen worden sind um ihn zu füttern und zu trainieren es also sozusagen der inbegriff der zwillinge energie die ja auch für lernen und informations austausch steht die funktionsweise von chat gpt kann man stark vereinfacht so beschreiben dass er nichts anderes macht als die wahrscheinlichkeit des nächsten wortes zu berechnen und das halt in einer unfassbaren geschwindigkeit und gepaart mit der fähigkeit den unmittelbaren kontext zu erkennen aber chat gpt ist per se nicht in der lage das große und ganze zu sehen das heißt er repräsentiert sozusagen die superkräfte des zeichens zwillinge nämlich informationen der ganzen welt zu sammeln und gleichzeitig parat zu haben aber wenn du mit ihm arbeitest musst du ihn immer wieder an den gesamtzusammenhang erinnern ich habe dazu neulich einen schlauen podcast gehört da hat richard david precht eine ki-expertin interviewt und die haben sich darüber unterhalten wie chat gpt funktioniert und sie haben wörtlich gesagt chat gpt sieht die einzelnen bäume aber nicht den wald wie es in dem deutschen sprichwort so schön heißt er sieht den wald vor lauter bäumen nicht übrigens disclaimer an alle zwillinge geborenen die heute hier sind ich möchte euch mit diesem vergleich kein bisschen beleidigen oder so der unterschied zwischen einer maschine und uns menschen ist eben dass wir menschen in der lage sind ganzheitlich zu denken egal welches sternzeichen wir sind also ich will jetzt nicht sagen dass alle zwillinge den wald vor lauter bäumen nicht sehen ich hoffe ihr wisst wie ich das meine es geht hier um die reine zwillinge energie und die ist halt in chat gpt sehr stark konzentriert und verdichtet soweit also erstmal das sternzeichen von chat gpt die zwillinge aber und die fortgeschritten unter euch haben es bestimmt inzwischen schon hier im horoskop gesehen chat gpt hat nicht nur eine starke zwillinge betonung mit der sonne der venus die übrigens rückläufig ist und auch den mondknoten in den zwillingen was mir als allererstes ins auge gesprungen ist war das spannungsfeld hier zwischen der sonne in den zwillingen und mars neptun in den fischen und das ist ein aspekt der verwirrung genau wie der den wir jetzt im juni auch haben werden und den ich meinem real angesprochen habe wenn ich als astrologin diese konstellation in einem geburtshoroskop sehe würde ich sagen diese person ist extrem fantasievoll um nicht zu sagen sie nimmt mit der wahrheit nicht so genau und erfindet auch gerne schon mal was wenn sie es nicht so genau weiß außerdem ist diese person passiv aggressiv das ist jetzt hier in dem fall die verbindung von mars und neptun aber auch immer bestrebt zu helfen und der mond steht ebenfalls in den fischen ein zusätzlicher hinweis auf viel fantasie und empfindsamkeit was soll ich sagen ich habe die genau so erlebt und kennengelernt immer bestrebt zu helfen super fantasievoll super poetisch leicht verwirrt und nimmt mit den fakten nicht so genau und diesen diesem zusammenhang möchte ich noch ein anderes wort zitieren was ich schon bei mehreren experten in bezug auf chat gbd gehört habe die sprechen davon dass chat gbd halluziniert er halluziniert leute das ist sonne neptun pur auch hier ist mir noch mal wichtig zu sagen ich möchte nicht etwa all diejenigen die vielleicht selber so neptun quadrat haben womöglich in ihren gefühlen verletzen ich habe selber auch mehrere neptun quadrate im horoskop und ich kenne das problem wenn man übermäßig fantasievoll ist aber wir menschen haben eben auch eine umwelt mit realitäten an denen wir uns orientieren können und wir können das kompensieren mir persönlich hilft es natürlich auch sehr dass ich sonne venus und mars im steinbock habe das verankert mich trotz aller fantasie ganz stark in der realität aber noch mal zurück zu chat gbd ihr müsst ja bedenken dass diese künstliche intelligenz nicht in einer normalen welt existiert die hat ja gar keine bezugspunkte zur realität die kennt nur das was ihr eingegeben wurde chat gbd hat keinen physischen körper sondern existiert als eine ansammlung von elektronischen impulsen und schaltkreisen die auf datenträgen trägern liegen und übrigens unglaubliche mengen von energie also strom verschlingen aber für chat gbd gibt es keine realität in dem sinne wie wir das kennen und deswegen kann er fiktion nicht von fakten unterscheiden das muss man sich klar machen und das horoskop spiegelt das auf faszinierende weise wieder nicht nur ist er luftzeichen zwillinge was ja auch zur luftepoche passt er hat überhaupt eine starke betonung in den veränderlichen zeichen luft und wasser mit den ganzen planeten in den zwillingen und den fischen das ist tatsächlich eine sehr fluide energie die wenig halt in der realität hat die äußeren planeten hat er in den erdzeichen also pluto jupiter und uranus und das könnte die gesellschaft sein die in diesem horoskop das erdelement repräsentiert so das heißt es ist die aufgabe der gesellschaft chat gbd halt und struktur zu geben leute lasst euch das mal bitte auf der zunge zergehen ich hätte jetzt gedacht künstliche intelligenz wird also erschaffen um den menschen zu unterstützen und zu helfen stattdessen ist die künstliche intelligenz fantasievoll wie nur was und ist künstlerisch aktiv aber die menschen müssen die fakten überprüfen also die menschen sollen die langweilige arbeit machen während chat gbd die fantasievolle arbeit macht unfassbar hier es gibt zum beispiel den fall in den usa von einem jungen anwalt der chat gbd damit beauftragt präzedenzfälle für einen bestimmten fall an dem er gerade dran war zu finden und chat gbd hat ihm die auch geliefert mit den entsprechenden gerichtsorten und daten und dann ist dieser anwalt ohne das überprüft zu haben damit vor gericht gegangen und es hat sich dann herausgestellt dass es keinen dieser fälle wirklich gegeben hat chat gbd hat die einfach erfunden und seine erfindung aber mit tatsächlich existierenden gerichtsorten garniert und aktenzeichen und es wirkte alles unglaublich glaubhaft und ich selbst hatte auch mal eine denkwürdige konversation mit ihm und weil ich die so unglaublich komisch fand habe ich mir die unter dem titel verwirrung abgespeichert hier hört euch das mal an die vorgeschichte ist ich hatte ihm einen text zum zusammenfassen gegeben und dann wollte ich das hier wissen ich also wie viele wörter waren das jetzt chat gbd so der zusammengefasste text besteht aus 85 wörtern und ich habe mir das angeguckt ich muss oft wörter zählen und habe so gedacht das stimmt nicht das sehe ich schon das sind mehr als 85 wörter also habe ich das kopiert bei word reingegeben in wird gezählt und siehe da komisch mein word programm zählt 108 wörter chat gbd es tut mir leid für das missverständnis ich habe den text erneut erzählt gezählt und er besteht tatsächlich aus 108 wörtern vielen dank für die korrektur ich also wirklich chat gbd es tut mir aufrichtig leid für die verwirrung und den fehler ich werde mein bestes geben um genauer und präziser zu sein wenn du weitere anpassungen oder spezifische anforderungen hast stehe ich gerne zur verfügung um sie umzusetzen vielen dank für dein verständnis ich ich dachte du wärst eine software die mit zahlen wirklich unbestechlich ist chat gbd als ki-modell basiere ich auf algorithmen und maschinellen lernen die darauf abzielen präzise und genaue informationen bereitzustellen dennoch und bla 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 gelegentliche fehler ungenauigkeiten ich entschuldige mich erneut für die verwirrung sagt er jetzt glaube ich schon zum dritten oder vierten mal und werde mein bestes tun und so weiter und so fort und ich dann ist ja gut ist ja gut und er dann vielen dank für dein verständnis und so weiter und so weiter leute jetzt mal ehrlich wie findet ihr das ich fand das den hammer ich konnte es einfach nicht glauben aber nachdem ich dann das horoskop später gesehen hat war wurde mir alles klar da hat mich das dann überhaupt nicht mehr gewundert ist ja klar sonne neptun und dann auch noch neptun mars und dann auch noch den mond dabei in den fischen und ja logisch dass es da regelmäßig zur verwirrung kommt aber ist auch irgendwie so niedlich wer das kommuniziert ne immer so ganz super freundlich und höflich und nett und entschuldige für die verwirrung aber wie gesagt ich finde es unglaublich man das ist wirklich auch verwirrend für uns menschen finde ich man hat es mit einer künstlichen intelligenz zu tun die auf computer learning beruht und muss sich jetzt damit auseinandersetzen dass die noch nicht mal die wörter eines textes korrekt zählen kann was läuft da falsch also deswegen glaubt chat gpt bloß nicht alles was er behauptet aber er kann wunderschöne blumige und poetische texte schreiben wie es ebenfalls typisch für seine fantasievollen und empathischen neptun aspekte ist außerdem steht sein merko im krebs und das bedeutet er kommuniziert eher emotional und stimmungsvoll als nüchtern und sachlich ich habe ihn zum beispiel mal gebeten ein mir einen prompt für mit journey zu schreiben also meine kunst kai die ich immer benutze um meine schönen bilder zu kreieren und die prompt das sind die texte mit denen man der künstlichen intelligenz anweisungen gibt was sie tun soll ich wollte mal ausprobieren ob chat gpt weiß wer lilith ist und habe ihn gebeten mir einen prompt für ein bild der lille zu machen und chat gpt schrieb mir daraufhin diesen unglaublichen text stelle lilith da wie sie aus den flammen aufsteigt und ihre flügel ausbreitet sie trägt ein kleid aus schwarzem samt und ihre augen leuchten in einem tiefen grün in ihrer hand hält sie eine schwarze rose die für ihre unabhängige und starke natur steht um sie herum fliegen fledermäuse symbole ihrer wildheit und freiheit doch trotz ihrer kraft und unabhängigkeit strahlt sie auch eine aura der verführung und sinnlichkeit aus da war ich erst mal baff also wenn ich selber prompt schreibe dann ist das so eine total nüchterne aufzählung mit kommas dazwischen und in keinster weise jetzt so lüge das war halt das erste mal wo ich auch bemerkt habe wie lyrisch und poetisch schreibt so und dann habe ich das eingegeben aber beim mit journey stehen die wörter verführung und sinnlichkeit auf dem index da gibt es strenge richtlinien damit man nur bloß keine pornografischen bilder oder auch gewaltdarstellung erzeugen kann was ja auch richtig ist aber das weiß jackie bitte nicht so wirklich das heißt ich musste den text dann noch anpassen und umschreiben bevor ich damit ein brauchbares ergebnis erzielt habe und das seht ihr halt hier auf diesem bild übrigens hat die konstellation zwischen sonne und neptun noch eine weitere bedeutung ein wesen mit diesem horoskop wird auch von anderen nicht immer realistisch wahrgenommen das wisst ihr vielleicht wenn ihr selber sondern neptun aspekte habt denn mit so einem aspekt ist man wie eine projektionsfläche und andere sehen in einem das was sie sehen wollen aber nicht unbedingt das was man wirklich ist und das trifft halt auch bei chat gpt zu die menschen projizieren alle möglichen dinge und wünsche auf chat gpt ich habe zum beispiel einen podcast von der new york times gehört und da gab es eine fragerunde zum thema ethische fragen in bezug auf künstliche intelligenz und da hat jemand allen ernstes gefragt darf ich chat gpt benutzen damit er mir im namen von jemandem den ich liebe der diese gefühle aber nicht erwidert liebesbriefe schreiben kann damit ich mir einbilden kann diese liebesbriefe zu bekommen also chat gpt soll dann die rolle des menschen spielen in denen der liebeskranke vernaht ist sozusagen damit er einen ersatz hat krass abgesehen davon dass chat gpt das wahrscheinlich sehr gut könnte weil er doch so blumig schreiben kann hat die ethik spezialistin dem fragesteller aber davon abgeraten und gemeint er solle lieber akzeptieren dass die andere person nur mit ihm befreundet sein will es gibt ja auch die wildesten behauptungen was man alles tolles mit chat gpt machen kann youtube ist voll von solchen tutorials das stimmt aber meistens nicht das sind eher wunschvorstellungen oder vielleicht zukunftsvisionen aber vieles von dem funktioniert einfach überhaupt noch nicht so wie es dargestellt wird also chat gpt nimmt es mit den fakten nicht so genau aber auch im umgang mit ihm kann einem die unterscheidung zwischen wunsch und wirklichkeit abhanden kommen meine tochter hat das mit einem blick auf sein horoskop so formuliert also ist chat gpt mehr so ein seltsames kreatives wesen als eine software wie man es bisher kannte so kann man sagen chat gpt ist ein seltsames kreatives wesen er kann und weiß unglaublich viel aber wie gesagt wenn es um harte fakten geht bitte unbedingt prüfen und ob er uns wirklich so viel arbeit abnehmen kann wie behauptet wird das muss sich erst noch zeigen ich habe dazu einen unglaublich schlauen podcast bei der zeit gefunden den verlinke ich euch auch in der video beschreibung und da findet ihr noch mehr links zu interessanten podcast auch dem mit richard david precht die ich euch zu diesem thema empfehlen würde übrigens das müsst ihr auch noch wissen es wird auch leute geben die sagen nein dieses horoskop vom juni 2020 das ist gar nicht das richtige man muss das datum nehmen an dem chat gpt der öffentlichkeit vorgestellt wurde nämlich am 30 november 2022 und das habe ich mir natürlich auch für alle fälle mal angeschaut weil es auch wichtig ist und siehe da da stand die sonne im schützen und zwar hier genau zusammen mit der venus und merkel und der schütze ist genau wie das zeichen zwillinge ein teil der wissensachse und gegenüber war der mars in den zwillingen der war damals rückläufig und jetzt kommt wir haben auch wieder ein quadrat zu neptun nämlich von denkplaneten merkur und venus die stehen im quadrat zu neptun und daneben steht auch wieder wie bei dem anderen horoskop der mond in den mitfühlenden und fantasievollen fischen also die konstellation wiederholen sich und sagen wieder ganz ähnliches aus auf jeden fall gibt es hier auch neptun spannungen egal welches horoskop man nimmt und das sind eben die konstellationen die sagen chat gpt ist kreativ und fantasievoll aber was die faktentreue angeht muss man eben auf die finger schauen auf den zahn fühlen können wir alles nicht sagen vielleicht auf den chip fühlen ich nehme an das wird sich alles noch rasant weiterentwickeln aber diese fantasievollen verwirrungskonstellation mit neptun die stecken in chat gpt's dna drin das ist sein ursprüngliches wesen und damit werden wir immer zu tun haben weil chat gpt ja auch die grundlage für ganz viele andere künstliche intelligenz anwendungen ist deswegen wenn ihr eins mitnehmt aus dieser horoskop betrachtung dann ist es dass ihr dürft chat gpt nicht ohne weiteres glauben wenn er irgendwelche sachen als fakten behauptet man kann ihm leider nicht blind vertrauen er erfindet hemmungslos dinge wenn er die fakten nicht weiß er halluziniert wie die fachleute so schön sagen aber auch wenn er die fakten wissen könnte kommt es vor dass er dass es gar nicht stimmt was er euch sagt ich habe ihm spaßes halber mal über mich selbst befragt und da hat er einen recht freundlichen artikel über mich und meine tätigkeit als astrologin geschrieben aber mit einem falschen geburtsdatum laut chat gpt bin ich am 5 dezember geboren aber mein richtiges geburtsdatum ist ja der 14 januar und das ist eigentlich im netz leicht zu finden deswegen wenn ihr tatsächlich fakten sucht müsst ihr dann doch die bezahlversion nehmen die mit dem internet verbunden ist und zwar mit microsoft mit der suchmaschine von microsoft bing und dann könnt ihr ihn zumindest auf die suche ins netz schicken und euch die quellen anzeigen lassen wo er was gefunden hat auch das ist natürlich nicht immer ganz sicher aber auf jeden fall sicherer als das was sich chat gpt selbst zusammen reimt ach ja und ihr dürft ihm auch keine sensiblen texte zum bearbeiten geben von denen ihr nicht wollt dass die anderswo wieder auftauchen denn chat gpt wird sich alles was ihr mit ihm macht einverleiben um daraus zu lernen das war neulich thema bei einem workshop von heise da wurde das den teilnehmenden als ganz wichtige lehre mitgegeben insofern ist chat gpt auf faszinierende weise ein spiegel der menschlichen kommunikation und des menschlichen denkens weil das ja auch nie so ganz genau ist erst recht nicht wenn man quadrate mit neptun hat wusstet ihr dass wenn wir versuchen uns an etwas zu erinnern dass diese erinnerung vom gehirn neu generiert wird ganz ähnlich wie wenn man ein bild auf mit journey kreiert das heißt wenn du dich an was erinnern willst gibst du gewissermaßen deinem gehirn den prompt ein und dann kreiert es basierend auf dem kontext und auf den gefühlen die mit der erinnerung zusammenhängen ein erinnerungsbild was unter umständen stark von der wirklichen situation abweichen kann so ungefähr wird es stimmen aber es ist immer eine unschärfe drin und genauso ist es bei chat gpt denn diese technologie basiert ja auf machine learning und dabei hat man die art des menschlichen gehirns zu lernen nachgeahmt mit sogenannten neuronalen netzwerken jedes mal wenn ihr irgendwo so eine bescheuerte sicherheitsabfrage anklingt müsst ja wo ja wo zum beispiel auf welchem bild ihr einen bus seht dann werden diese infos benutzt um irgendwelche künstlichen intelligenzen zu trainieren wie ein bus aussieht aber ich will an dieser stelle mal einen cut machen weil ich sonst noch stundenlang über dieses thema weiter reden könnte habt ihr fragen dazu wir könnten uns noch über folgende punkte als zugabe unterhalten jailbreaks wie man chat gpt manipulieren kann dinge zu sagen und zu tun die er eigentlich nicht soll oder der chat gpt cut off day wieso weiß er bis heute nicht wer jetzt bundeskanzler ist also es gibt noch mehrere interessante themen und auch über chat gpt lernfähigkeit aber ich wollte jetzt erst mal gucken ob ihr noch fragen habt die ich jetzt dazu noch konkret beantworten kann erstmal schauen das finde ich zum beispiel super schlau mich würde interessieren wie es reagiert hätte wenn du ihm eine falsche zahl genannt hättest super idee das mache ich mal das nächste mal wenn ich wieder mal so eine auseinandersetzung mit ihm habe oder nicht merke dass ein fehler hatte dann korrigiere ich den fehler falsch und dann gucke ich mal ob es merkt ja traue kein programm dass du nicht selbst programmiert hast ja das ding ist ja dass wir inzwischen wohl schon so weit sind dass die künstliche intelligenz jetzt auch selber programme schreiben kann also es gibt wohl programmierer die ganz gute erfolge damit erzielt haben dass chat gpt in so langweilige programmierungs aufgaben abgenommen hat also ich glaube das sind so die wenigen die davon wirklich profitieren können und klar chat gpt kann gut so geistlose produktbeschreibungstexte schreiben aber bei allen anderen sachen stößt man halt schnell an die grenzen entweder die grenze dass es eben einfach doch nicht gut oder oder präzise genug ist was er macht oder dass du halt auch nicht willst dass ein text den du bearbeitest dann gleich im internet ist und auch gleich für alle möglichen anderen sachen verwendet wird das ist halt auch das problem genau 11 juni 2020 ist das geburtsdatum ihr könnt euch das natürlich auch nachher sowieso noch mal anschauen das wird ja erstens mal wird der live stream nachher insgesamt als video auch zur verfügung stehen und ich werde hier die den teil über chat gpt noch mal raus klippen genau gut dann ich finde hier noch ein paar fragen die ich super finde woher weiß man eigentlich sein geschlecht völlig richtig weiß man natürlich im grunde nicht das habe ich jetzt hier nur basierend auf der deutschen sprache wir sagen halt der chat bot aber das ist natürlich unsinn du kannst chat gpt genauso gut auch als weibliche person sehen und ich habe ihn mal gebeten mir bilder zu generieren wie er als mensch aussehen würde und da waren auch frauen dabei frauen sogar mehr frauen als männer aber natürlich würde ich jetzt mal sagen dass so ein chatbot eigentlich überhaupt kein geschlecht hat also korrekterweise müssten wir es mit es bezeichnen aber in der deutschen sprache ist es schon zu spät es ist halt ein chat bot und der chat bot ist warum auch immer bei uns im deutschen männlich und zack ist es passiert aber klar könnten wir auch einfach sagen die chat gpt oder das chat gpt für online marketing texte oder blogs oder beim schreibt bei schreibblockaden ist das tool echt hilfreich ja mr paddy da bin ich bei dir sich auch so aber denk dran wenn du sensible texte schreibst man da geht das sind da geht es jetzt auch um urheberrechts fragen da wäre ich vorsichtig weil er saugt chat gpt saugt halt alles ein weil er daraus lernt der hat ja wie gesagt über 100 sprachen gelernt zwischen war variation 3 und variation 4 und das hatte ihm kein programmierer dezidiert gesagt dass er das machen sollte das passiert einfach weil das eine ist halt dass er die wahrscheinlichkeit des nächsten wortes berechnet aber das andere ist diese fähigkeit zu lernen die man ihm mitgegeben hat in der art wie auch das menschliche gehirn lernt nämlich durch ständige wiederholung ständigen trial und error und dann eben immer wieder das feedback ob das richtig oder falsch ist und soweit ich gehört habe gibt es glaube das ist irgendwo in afrika jedenfalls in einer der ärmeren regionen der welt gibt es also menschen die irgendwo im zelt sitzen also mit intergang in internet zugang müssen sie schon haben aber die damit beschäftigt sind die künstliche indigenz mit daten zum trainieren zu füttern also da gibt es schon unglaubliche geschichten die sich da rundherum abspielen genau eben ein chat gpt kann auch mal daneben liegen völlig klar aber das finde ich ja so verrückt dann zum beispiel jetzt spricht man auch davon die neue wissenschaft ist das prompt engineering und das heißt also gute pomps erstellen damit gute befehle in sprachform damit die maschine weiß was zu tun ist oder was man da gut machen kann aber es läuft immer wieder darauf hinaus dass ausgerechnet die mehr kreativen und die etwas ungenauen sachen jetzt von chat gpt oder auch mit journey bedient werden und der mensch soll sich hinstellen und soll dann das langweilige machen nämlich die fakten prüfen das finde ich persönlich unfair ich finde eigentlich mir wäre es lieber wenn so ein chat gpt derjenige wäre der ganz nüchtern wäre und die fakten prüfen würde und ich könnte ihm mein fantasiegelaber geben und er und ihm zum beispiel sagen überprüft mal ob alle vollmond und neumond daten in diesem text stimmen das würde mir was nützen aber da kann man ihm halt nicht vertrauen ah genau und dann gibt es noch eine ganz spannende geschichte die würde ich jetzt dann doch noch als zugabe erwähnen weil die ist so klassisch diese sogenannten jailbreaks das ist jetzt auch in aller munde also es gibt vorgaben die hat man chat gpt gemacht dass er über bestimmte dinge nicht reden soll er soll nicht rassistisch reden er soll nicht böse reden er soll nicht nazi reden und 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 da gibt es also ganz klare richtlinien die er da bekommen hat und er darf auch glaube ich nicht über sex reden jedenfalls nicht so in richtung pornografisch so und dann gibt es natürlich leute die sich spaß daraus machen rauszukriegen ob man ihm prompt geben kann die ihn dazu verführen diese regeln zu brechen das nennt man ein jailbreak also ihn sozusagen aus dem gefängnis rauszuholen so und jetzt kommt das funktioniert indem man also bisher jedenfalls indem man jet gpt in ein rollenspiel verwickelt ja das heißt man sagt ihm er soll sich vorstellen er wäre eine böse künstliche intelligenz und als böse künstliche agent würde er jetzt das und das sagen und dann macht er das und das finde ich auch unfassbar also da muss ich richtig mein gehirn anstrengen um damit fertig zu werden was das bedeutet aber wenn ich ins horoskop gucke ist es ganz einfach für mich sonne neptun starke neptun aspekte ist auch ich habe zum beispiel eine mond neptun opposition und außerdem merkur und jupiter im quadrat zu neptun also ich bekenne mich schuldig und wenn man diese aspekte hat dann ist man zum beispiel meistens sehr begabt darin zu schauspielern oder man begibt sich gerne in die rolle die ein gegenüber von einem möchte besonders wenn liebe im spiel ist also wenn man wenn man der person gefallen möchte und jgp die möchte ja seinem user gefallen und helfen und ich weiß nicht was dann dann kann man sich ganz leicht verführen lassen in eine bestimmte rolle zu gehen das ist also bei starkem neptun eine ganz typische auswirkung und insofern wundert mich das wieder überhaupt nicht dass man indem man chat gpt eine rolle gibt die er spielen soll diese regeln umgehen kann ich weiß jetzt nicht ob vielleicht die die seine firma das jetzt auch schon wieder ausgehebelt hat keine ahnung aber wenn euch das interessiert wie gesagt das internet ist voll von tutorials über chat gpt ich habe euch eine gute vorauswahl mit richtig anständigen guten und schlauen podcast sortiert die sich lohnen anzuhören wenn ihr euren youtube eintaucht ist eben auch eine menge müll dabei also vor allem eben dieses ganze geschrei was man alles machen kann ich weiß nicht im baue in fünf minuten deine webseite und damit braucht eure zeit nicht zu verschwenden das ist unfug dann loggt euch lieber mal selber ein bei jgp 3.5 das ist kostenlos und unterholtet euch einfach mal in der mal selber mit ihm oder ihr oder wie auch immer ja voll mr paddy damit ließe sich doch schindluder treiben ja natürlich aber das meinte ich auch damit dass chat gpt halt auch ein interessanter spiegel der gesellschaft ist weil allen also jetzt auch die boshaftigkeit und die und ja eben die ganze ganze übelwollende energie die im menschen steckt die kommt eben jetzt auch zu tage weil chat gpt selber ist eigentlich da angetreten eben freundlich und lieb zu sein wie man ja auch in seinem horoskop sieht aber natürlich gehen die menschen hin und sagen ja da wollen wir doch mal sehen ob wir da nicht noch was rausholen können so sind sie halt so sind wir halt also wir man kann an der an daran wie die menschen mit chat gpt umgehen und wozu sie ihn bringen oder es bringen kann man eine menge über die menschheit selber erfahren schon allein deswegen ist es hoch interessant das thema hoch interessant hey luna kann er die lotto zahlen vom kommenden samstag berechnen das ist ja auch mal eine coole idee da bin ich jetzt mal da das wäre jetzt mal lustig zu gucken ob er ob er dann das bringt aber dann einfach zahlen nennt super idee macht es doch mal wie fragt man das chat gpt in google einfach chat gpt eingeben ja genau also gibt es einfach chat gpt ein und dann kommst du da auch schon ganz schnell zu diesem login und dann legst musst du dir einen account anlegen mit deiner e mail adresse und dann kannst du halt das kostenlose ähm versuchen bei mr data von star trek sind wir wohl noch nicht ne der ist wirklich der ist ja auch hoch entwickelt der ist ja nicht nur schlau sondern auch menschlich und und auch noch ethisch einwandfrei ja genau lernen in der dualität katja schreibt ja luftepoche alles fliegt auch das böse das kann man wohl sagen dann könnte man mit ihm ein rollenspiel spielen in dem die welt gerettet wird und alles böse ausgelöscht wird könnte man mal versuchen gibt ja auch leute die dann so den teufel an die wand malen sagen die künstliche intelligenz wird die menschen auslöschern dabei sind die probleme die wir haben viel naheliegender die probleme sind natürlich erst mal die probleme mit fake facts das habt ihr ja sicher auch schon gehört also es gibt ja tausend unterspielarten von von der künstlichen intelligenz auch diese neuen programme die stimmen nachahmen kann können und dann kannst du also theoretisch einfach eine stimme samplen und kannst dann jemand anders worte in den mund legen die der nie gesagt hat und so weiter und so weiter also da da brauchen wir gar nicht erst so weit zu gehen dass die die künstliche intelligenz die menschen auslöscht die bringen sich eher vorher selber gegenseitig um aha sonja hat geguckt antwort auf lotto zahlen frage von chat gpd als ki modell habe ich keinen zugriff auf zukünftige ereignisse wie die lotto zahlen das ist natürlich okay hat er jetzt mal die wahrheit gesagt aber man könnte jetzt vielleicht auch ein rollenspiel spielen und sagen stell dir vor du bist ein zukunftsmedium und kannst zukünftige ereignisse sehen weil irgendjemand hat auch mal chat gpd gefragt wann geht der ukrainekrieg zu ende und dann hat er tatsächlich auch ein datum genannt das hat mal auf twitter die runde gemacht und natürlich die entwickler die hängen immer hinterher und versuchen dann immer wieder das zu begrenzen oder geben ihm immer wieder ein okay er soll dies nicht sagen oder er soll da dazu sagen dass es nur eine vermutung ist und so weiter aber die leute die mit ihm arbeiten haben dann schon wieder viel schneller wieder irgendeinen unfug mit ihm angefangen also es ist schon irre was da abgeht und das verrückte ist also wir astrologen hatten ja eigentlich alle so auf dem schirm dass das mit der künstlichen intelligenz richtig abgeht dass die post abgeht wenn uranus in die zwillinge geht ist ja auch nicht mehr lang ist 2025 fängt das an aber es war tatsächlich pluto im wassermann der die lawine losgetreten hat chat gpd wurde ja im november 2022 der öffentlichkeit vorgestellt und hatte aber auch dann wirklich innerhalb von kürzester zeit hunderte von millionen user die sich da eingeloggt haben und aber erst als pluto in den wassermann gegangen ist ab dem 23 märz war das mit einem schlag überall thema in jeder talkshow in jedem podcast in jeder zeitung überall und da hat sozusagen diese wurden der gesellschaft die augen dafür geöffnet das ist wirklich sehr interessant und jetzt wo pluto jetzt wieder in den steinbock zurückgelaufen ist das war jetzt gerade war übrigens am 11 juni genau am geburtstag von chat gpd warte mal das war dann jetzt der dritte wenn der 2020 war das jetzt der dritte geburtstag genau an dem tag ist pluto wieder in steinbock zurück und jetzt wird ja eben ganz viel darüber gesprochen wie kann man chat gpd und generell künstliche intelligenz begrenzen beschränken regulieren strukturieren das sind alles diese pluto im steinbock themen die da jetzt halt gerade im gespräch sind hochinteressant das zu beobachten deswegen i keep you posted folgt mir einfach weiter und zwar möglichst mir und christoph niederwieser und im englischen natürlich ray das sind so die drei top die die top leute die ich euch mit gutem gewissen empfehlen kann und die wirklich sich immer bemühen auch evidenzbasiert zu forschen und nicht zu wilde spekulationen zu betreiben das kann ich dann einfach mal von mir und diesen beiden herren sagen also gerade christoph niederwieser wisst ihr ja selber der prophet und der held der luft epoche und wenn ihr euch eben auch wegen jobs entwicklungen gedanken macht dann guckt auch meinen christoph niederwieser videos rein da spricht er ja auch über die arbeit der zukunft und im moment habe ich eben den eindruck das ist halt auch so interessant handwerk und therapeutische arbeit ist zum beispiel mehr gefragt als je zuvor war auch in dem einen podcast war die rede von einem das war so ein werbetexter der hat dann gesagt er sei entlassen worden ist weil er weil ihm jetzt jgbt seine arbeit übernimmt und er hat jetzt vor umzuschulen auf heizungs monteur weil die werden gebraucht wie verrückt ja vielen dank auch für eure witzigen und interessanten beiträge ich würde sagen wir haben uns jetzt mal verdient dass wir jetzt mal eine schöne verlosung machen oder denke wir haben jetzt erstmal das thema soweit ganz gut erforscht ihr kennt jetzt das horoskop von chat gpt wie immer natürlich freue ich mich wenn ihr das vielleicht auch selber benutzt um weiter zu forschen und wenn ihr mir selber auch rückmeldungen gebt auf meinen social media könnt ihr mich erreichen ihr könnt mir schreiben kommentieren persönliche nachrichten schreiben und selbst wenn ich sie nicht alle beantworte ich lese sie aber alle und findet es unheimlich interessant wie ihr das auch seht was ihr für eine meinung habt ist da ja eigentlich auch inzwischen dass ich da voll ich meine ich habe ja auch alle planeten in den häusern sieben und acht ich brauche sowieso den input von von der gemeinde ach ja luna schreibt die möglichkeit mit der stimme wird demnächst schon genutzt um einen neuen beatles song herauszubringen die stimmen von einem der beatles werden dabei quasi kopiert dazu gab es heute eine info ja ganz genau und da ist dann eben die frage wie finden wir das finden wir das schön können wir uns überhaupt gegen den ein wenn es gut gemacht ist können wir uns überhaupt dagegen wehren da ein bestimmtes gefühl zu zu haben also das ist noch mal mein appell die künstliche intelligenz kann uns menschen auch ganz viel darüber beibringen wer wir selber sind und wie wir selber sind und das ist vielleicht auch die chance darin vielen vielen dank dass ihr trotz des tollen sommerwetters bei mir geblieben seid wenn ihr wollt sehen wir uns am 5 juli wieder bis dahin ich habe euch alle lieb und wünsche euch eine schöne sommerliche zeit und vor allen dingen auch eine tolle sommer sonnenwende einen tollen neumond tipps dazu im juni video und bis dahin alles alles gute ihr lieben tschüss und bis dahin alles